Tach Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde, diesmal One in the Chamber, auf Funnel.eu, dem besten deutschen Minecraft-Server. Ich bin's der Quantum und die Musik ist gerade etwas laut, aber scheißegal, dann lasst man so heute mal ein bisschen lauter. So ja, 10 Sekunden. Ähm, ja, Musik von KST-Beats natürlich, ähm. Äh, tut mir jetzt leid, dass die so laut ist gerade, hab ich, äh, ja, keinen Plan. Egal. Ja, das war natürlich sehr schlau. Ah, dann suchen wir mal die Leute, wo sind sie denn? Nee, 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 keine Chance. Die Musik ist aber auch einfach nur geil, ey. Ich muss ja gar nichts anders sagen. Okay, das war Fail. Ich bin gerade nicht wirklich gut. Okay, äh, so viel zu nicht wirklich gut gerade. Äh, so schnell kann's gehen, ja. Ja, mh, aber das... Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht so schnell, äh, alle Leben verloren habe. Lol. Ey, hast du mal Kill geklaut, oder was? Junge, bescheuert, Alter. So, was? Ey, dass man nie mal einen ordentlichen Zweikampf ausführen kann, das ist echt scheiße. Hm. Boah, Junge. So, komm. Jawohl, siehste. So, die da hinten holen wir uns jetzt dann noch. Hm. Oder den da hinten. Ja. Ich muss mich mal wieder reinfinden, weil... ...auf Mineplex habe ich One in the Quiver einfach so ewig gesuchtet, ne? Hm. Wo ist er? Oh. Das finde ich scheiße, ist auch so ein Minecraft-Bug, dass manchmal nicht angezeigt wird, dass Leute den Bogen ziehen. Ist echt... ...behindert. Aber, äh, sieht ganz gut aus für uns gerade. Hm. Es sind auch nur noch vier Leute da, die anderen sind alle geläftet, weil sie schlecht sind, sag ich mal, ne? Oder, oder, weil... Ach, gar nicht, weil sie wahrscheinlich, äh, keine Leben mehr hatten. Und das ist hier auch unser letztes Leben. Äh. Und da sind wir raus. Und einer hat genauso viele Kills wie ich. Hm. Das ist natürlich echt scheiße. Aber. Der andere. Nur vier Kills. Den gucken wir jetzt nochmal ein bisschen zu. Ach, da steht auch welche... Wie viele leben? Ach, beide nur einen. S... Was? X... Ach. Egal. Ja, es ist, äh... Wenigstens Gold. Und der da hat gewonnen. Äh, ich hatte es verdient. Nein, Spaß. Dann würde ich sagen, war's das mit der Runde? Und... Ja. Ciao, Leute! Da-da! Da-da!